In diesem Video verrate ich Ihnen meine Tipps, um einen voluminösen Pferdeschwanz zu schaffen und ihn in einen wilden Dutt umzuwandeln. Nehmen Sie zunächst eine Hairspring Haargummi in der Farbe Ihrer Wahl. Mit den Händen das Haar zu einem Pferdeschwanz bis zur gewünschten Höhe zusammenfassen. Kennen Sie sich dann die Haare für ein optimales Ergebnis. Jetzt sollten Sie nur noch Ihr Hairspring Haargummi verwenden, um Ihren Pferdeschwanz zu befestigen. Sein glattes Material bleibt nicht an das Haar hängen, ist aber sehr haltbar. Es wird Ihren Pferdeschwanz den ganzen Tag halten und sofort Volumen erzeugen. So einfach ist es. Ein wenig Lippenstift, einen wilden Dutt und jetzt geht's los für einen tollen Abend. Toupieren Sie Ihre Haare von oben nach unten mit der Bürste, wickeln Sie den Pferdeschwanz locker um sich selbst und dann um das Hairspring Haargummi. Ihr Dutt ist fast fertig. Ihr Hairspring ist haarfreundlich und macht die Kopfhaut nicht schmerzlich. Sie brauchen nur noch ein paar Haarnadeln, um das Haar festzustecken. Sie können Ihrem Hairspring Haargummi trauen. Von morgens bis abends wird es einen vollkommenen Halt des Haars gewährleisten. Und fertig. Jetzt kennen Sie alle Tipps, um einen voluminösen Pferdeschwanz in einen wilden Dutt zu schaffen.